Spannende Fakten über das Welchpony. Übrigens ist es ein neues Format. Es heißt FÜP. Fakten über Pferderassen. Egal, einfach los jetzt. Welchponys werden je nach Art 1,22 bis 1,40 m. Farben können sie alle haben, außer Schecken. Diese Ponys sind sehr edel, haben ziemlich große Augen, mini kleine Ohren und allgemein einen sehr starken Körper. Sie sind super treu, zuverlässig, leistungsbereit, anspruchslos und haben selten den für Ponys typischen Eigenwillen. Außerdem sind sie sehr lernfähig, robust, personenbezogen und eine Mischung aus Welchmountain, Pony, Araber und englischem Vollblut. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen möchtest, like und folgt von mir.